Was ist mit dir? Wie sag's mir? Nichts. Es geht mir halt alles ein bisschen schnell. Du scheust die Verantwortung. Ich bin erst 24. Du hast zwei, drei Jahre Zeit gehabt, dich auf diesen Tag vorzubereiten. Warte mal kurz. Was ist los? Ach so, ein Schritt. Tag, Chef. Schick siehst du aus? Ja, danke. Wie in Spiesa eigentlich? Ja, ich bin jetzt Juniorchef. Wieso ist denn da mein Koffer? Der Koffer? Ach so, der Koffer. Hüksack. Wie heute? Ja, gleich. In sechs Stunden sitzen wir im Flugzeug und morgen früh sind wir schon am Strand. Das ist bekloppt. Ich kann jetzt hier nicht weg. Was? Das geht nicht. Ich muss hierbleiben. Was musst du? Na, ich kann jetzt schon gar nicht auf... Maike, komm mal her. Guck dir das mal bitte an. Guck dir mal die Leute an. Du hast die Wahl. Das? Ja. Oder Strand. Das? Oder Strand. Malen ist gut. Ja, also. Los geht's, komm. Michael, jeder kann einfach weg. Ja, aber... Auf geht's! Hinein. Hinein. Guck sie dir doch an, da die Champagner schlürfen. Spacken! Das wäre echt schon... Scheiße. Ausgerechnet jetzt, oder was? Das wäre echt...